Wie Dinge für andere Menschen tun, ohne Erwartung auf Gegenleistung und sogar ein Dankeschön dafür, einfach weil sie es gerne möchten. Alles, was Menschen Hoffnung macht und dazu zählt, sehen zu können, dass wir immer noch Dinge füreinander tun, auch unentgeltlich, führen nichts an Gegenleistung, einfach weil wir wollen. Und das gibt uns ganz viel Hoffnung und ich glaube, dass das etwas ist, das uns auch durch die schlimmsten Krisen tragen kann, auch als Gesellschaft und miteinander. Das ganz wenige Wissen ist, dass man tatsächlich mit einer Spende drei Menschenleben retten kann. Also, bitte machen, unbedingt, sei Held in, du kannst das auch.